Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube Kanal Dividenden TV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David und heute die Weihnachtsfolge, wieder ein Top 3 Aktienvideo und zwar für einen Kauf im Dezember 2020. Bevor es aber losgeht, nochmal der kurze Hinweis, ich betreibe auch die Facebook-Gruppe Dividenden Community. Mittlerweile sind da auch schon über 3000 Mitglieder und jeder der Lust hat, kann da gerne vorbeikommen. Ist immer ein sehr netter Austausch unter Dividenden Investoren. Wenn ihr sagt, ihr seid lieber nur auf YouTube, ist das natürlich genauso okay. Ja und heute geht es wieder mal um die 3 Aktien, die für mich aktuell am spannendsten sind für ein Investment. Und ich habe es ja schon im letzten Video, wo ich meine Watchlist vorgestellt habe, gesagt, ich möchte vor allem auch im Gesundheitsbereich etwas aufstocken. Da habe ich eben nur eine Position mit Johnson & Johnson, da soll noch was dazu kommen. Und da habe ich euch heute schon mal ein Unternehmen aus dem Biotechnologie-Bereich mitgenommen und zwar Amgen. Das werde ich euch gleich zu Beginn vorstellen. Das werden etwas ausführlicher, da ich das Unternehmen noch nie auf meinem Kanal vorgestellt habe. Und danach kommen noch Mayer Mellenhoff, ein österreichisches Unternehmen. Ja, werden sicherlich nicht alle von euch kennen, aber auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch sehr günstig bewertet immer. Und dann haben wir als drittes Unternehmen noch British American Tobacco. Ja, spannende Branche, die Tabakbranche. Nicht gerade in aktuell, aber dafür sind die Cashflows umso stärker. Dividendenrendite über 7%. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und jetzt starten wir mal mit dem ersten Unternehmen und zwar Amgen. Ja, das Unternehmen wurde im Jahr 1980 gegründet, ist also noch ein relativ junges Unternehmen. Aber ihr werdet dann schon sehen, hier geht es nicht um irgendeinen Zockerwert, wo man vielleicht da jetzt den nächsten Ten-Bagger findet. Nein, ganz und gar nicht. Also Amgen ist ein sehr etabliertes Unternehmen und auch sehr, sehr großes Unternehmen. Der Gründer war George B. Redman und der CEO ist aktuell Robert A. Bradway. Ja, ein US-Unternehmen mit der WKN 86-79-00. Ja, und dann wie immer muss ich natürlich darauf hinweisen, dass auf meinem YouTube-Kanal keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf stattfindet. Ihr müsst mit eurem Geld selbst entscheiden, in was ihr investiert und solltet dies nicht nur aufgrund des Videos tun. Ich kann außerdem natürlich keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der hier präsentierten Daten übernehmen. Also bitte alles nochmal selbst recherchieren. Ihr könnt sehr, sehr viel da im Geschäftsbericht der Unternehmen nachlesen und nicht darauf verlassen, dass alle Daten zu 100% stimmen. Natürlich gebe ich mir Mühe und habe das bestmöglich recherchiert. Aber es kann sich immer mal ein Fehler einschleichen. Ja, und dann kommen wir zu den Daten von Amgen. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 222,93 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung bei 132 Milliarden. Also ein sehr großes Unternehmen. Wenn wir das mal mit Österreich oder Deutschland vergleichen. In Österreich gibt es kein Unternehmen, das nur annähernd so groß ist. In Deutschland würde Amgen auf jeden Fall auch zu den größten Unternehmen zählen mit dieser Marktkapitalisierung. Und eine Mitarbeiteranzahl von 21.000 circa. Und der Umsatz im Jahr 2019 lag bei 23 Milliarden. Ja, und jetzt sind wir auch schon beim Geschäftsmodell. Amgen ist eines der weltweit führenden Biotechnologieunternehmen. Und da sei denn an dieser Stelle nochmal gesagt, ich kann euch das natürlich aus medizinischer oder wissenschaftlicher Sicht nicht sagen, welches Unternehmen da jetzt genau die Nase vorn hat. Aber ich möchte euch einfach mal vorstellen, was Amgen da genau macht. Und natürlich auch die Zahlen des Unternehmens werden wir uns genauer ansehen. Und da starten wir auch gleich mal. Hier seht ihr die Entwicklung von 2017 bis 2019. Und hier fällt auf jeden Fall auf, dass es doch einige Medikamente gibt, die einen sehr, sehr großen Anteil vom Umsatz ausmachen. Das wichtigste Medikament ist hier Embrel. Das ist ein Medikament zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen. Und macht eben einen Umsatzanteil von 24% aus. Ich kann euch jetzt natürlich die ganzen einzelnen Medikamente nicht genauer erklären. Aber ihr könnt das im Geschäftsbericht des Unternehmens sehr gut nachlesen. Da steht zu jedem Medikament eine kurze Beschreibung, wie es da aussieht aktuell. Und zum Beispiel Embrel. Ich glaube bis 2029 läuft auf jeden Fall das Patent noch. Und bei den anderen Medikamenten könnt ihr das nachlesen. Was mir auf jeden Fall positiv aufgefallen ist, dass die Adap Products, also eben die anderen Medikamente, die hier nach und nach auf den Markt kommen, deutlich zunehmen. Im Jahr 2017 waren wir hier nur bei 12%. Jetzt sind wir schon bei 22%. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in Richtung Diversifikation. Und ich sehe das auf jeden Fall als Vorteil, wenn das Unternehmen nicht nur von 2-3 Medikamenten abhängig ist. Außerdem sehen wir, dass der USA-Anteil etwas abgenommen hat. Das seht ihr hier ganz unten. Im Jahr 2017 waren es noch 79%. Mittlerweile sind es nur noch 74%. Und ja, ich denke auch das ist zur Diversifikation sicher kein Nachteil. Dann kommen wir zum Aktienkurs. Ja, wenn wir vor 5 Jahren investiert hätten, hätten wir 24,2% gemacht. Ja, das ist jetzt nicht dieser beeindruckende Chartverlauf der letzten Jahre. Ich habe es ja schon gesagt, auch ein sehr etabliertes Unternehmen. Auch mit schöner Dividende. Das werden wir uns dann noch ansehen. Und das Unternehmen ist ja schon deutlich länger an der Börse. Also wer da wirklich schon noch länger dabei ist, der hatte schon sehr viel Freude auch mit Amgen. Ja, dann schauen wir uns mal an, ob bei diesem Unternehmen auch ein Burggraben gegeben ist. Der Begriff Burggraben wurde immer von Warren Buffett geprägt. Im Englischen heißt es Mote. Und beschreibt eben, ob das Unternehmen gut vor der Konkurrenz geschützt ist. Und das würde ich bei Amgen, naja, ich würde mal sagen so halb. Aufgrund der starken Marktposition ist eben ein Burggraben gegeben. Ein kleiner habe ich hier mal geschrieben. Also ja, es gibt schon sehr, sehr starke Konkurrenz. Das muss man auch ehrlich sagen. Man gehört zu den führenden Unternehmen. Aber es gibt eben nicht nur Amgen, sondern viele andere Biotechnologieunternehmen, wie zum Beispiel Gilead. Oder auch so Pharmaunternehmen, die natürlich auch in Konkurrenz stehen, wie Pfizer. Ja, die habe ich ja in einem der letzten Videos vorgestellt. Also es gibt auf jeden Fall viel Konkurrenz. Und darum würde ich sagen, der Burggraben ist jetzt nicht extrem stark ausgeprägt. Wie schauen die Zahlen aus des Unternehmens? Die langfristige Entwicklung von Gewinn und Umsatz. Umsatzwachstum auf die letzten 5 Jahre lag bei 3,21%. Umsatzwachstum auf die letzten 10 Jahre 5,28%. Gewinnwachstum auf die letzten 5 Jahre 6,82%. Und Gewinnwachstum auf die letzten 10 Jahre 10,24%. Hier noch dazu gesagt, es geht hier immer um den Umsatz- und Gewinnwachstum pro Aktie. Dann kommen wir zur Dividendenpolitik. Liegt mir natürlich immer besonders am Herzen. Die Dividendenrendite aktuell bei 2,87%. Das ist im historischen Vergleich auch recht hoch. Kontinuität seit 9 Jahren. Wird überhaupt erst eine Dividende gezahlt? Und seit 9 Jahren wird die Dividende kräftig gesteigert. Wir sehen hier auch eine Ausschüttungsquote. Die liegt beim Free Cash Flow nur bei 36,8%. Und beim Gewinn bei knapp der Hälfte des Gewinns. Dividendenwachstum 16,01% auf die letzten 5 Jahre. Auf die letzten 10 Jahre gibt es ja noch keinen Wert. Und da muss man sagen, ja, das ist sehr, sehr ordentlich. 16,01%. Wenn das so weitergeht, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aktie. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und das sind die Aktienrückkäufe. Ja, für viele ein großer Kritikpunkt. Warum kaufen die Unternehmen so viele eigene Aktien zurück und investieren nicht in die Zukunft des Unternehmens? Stimmt zum Teil auch diese Kritik. Andererseits muss man sagen, so wird auch wirklich sehr einfach Mehrwert für die Aktionäre geschaffen. Im Gegensatz zu Dividende ist der Aktienrückkäufe für uns auch noch steuerfrei. Also ein sehr gutes Mittel, das auch der Warren Buffett sehr gerne hat. Und jetzt sehen wir hier, ausstehende Aktien im Jahr 1999 waren über eine Milliarde Aktien. Und 10 Jahre später sehen wir, ja, ist auch noch ungefähr gleich viel. Aber in der Zwischenzeit, so ungefähr im Jahr 2003, wurden einige Aktien ausgegeben. Diese dann wieder zurückgekauft. Und wenn wir dann noch 10 Jahre weiterschauen ins Jahr 2019, dann sind wir nur noch bei 609 Millionen ausstehenden Aktien. Das heißt, in den letzten 10 Jahren wurden knapp 400 Millionen eigene Aktien vom Unternehmen zurückgekauft. Und das bedeutet natürlich, für einen bestehenden Aktionär wird der Anteil am Unternehmen Jahr für Jahr größer. Und hier habe ich euch ein Beispiel wieder vorbereitet, dass man sich das Ganze einfach ein bisschen besser vorstellen kann. Wenn ein Aktionär im Jahr 1999 jetzt zum Beispiel 10% der Amgen Aktien erworben hätte, das wäre für uns sicherlich nicht denkbar. Aber für einen Warren Buffett wäre das schon möglich. Dann würde er heute bereits 17,7% des Unternehmens besitzen. Und das ohne, dass er nochmal nachgekauft hätte. Einfach nur, weil er die Aktien liegen gelassen hätte seit 1999, gehören ihm schon 17,7% statt 10%. Das ist schon beeindruckend. Aber noch beeindruckender ist vielleicht das zweite Beispiel. Hier sieht man, wie hätte sich eigentlich das Ganze entwickelt, wenn wir 1999.000 US-Dollar in M-Chain investiert hätten. Dann wären die Aktien heute knapp 5.000 US-Dollar wert. Also ich glaube mit der Wertentwicklung kann man ganz zufrieden sein. Und zusätzlich hätten wir auch noch 796 US-Dollar an Dividende erhalten. Bei einem damaligen Einstieg von 1.000 US-Dollar ist das schon ordentlich. Vor allem muss man ja sagen, die Dividende gibt es ja noch nicht seit 20 Jahren. Also bei anderen Werten ist das oft noch beeindruckender, weil es halt über den ganzen Zeitraum schon hohe Dividenden gab. Ja und die Dividendenrendite bezogen auf den Einstiegskurs wäre dann heute bei über 14%. Also Jahr für Jahr 14% vom Einstiegskurs ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ja dann kommen wir zur Bilanz. Die Nettoverschuldung liegt bei knapp 21 Milliarden US-Dollar. EBITDA bei 13 Milliarden. EBIT bei 11 Milliarden. Die Nettomarsche bei 33,6%. Und Nettoverschuldung zur EBIT, das ist für mich immer eine sehr sehr wichtige Kennzahl, die einfach zeigt, wie sieht es jetzt wirklich mit der Verschuldung aus vom Unternehmen. Weil oft mit 21 Milliarden, da kann man sich jetzt nicht viel vorstellen. Aber hier sieht man eben, wie lange dauert es, dass das Unternehmen die Schulden zurückzahlen könnte. Und mit 1,57 ist das ein sehr sehr guter Wert. Also da ist das Unternehmen auf jeden Fall sehr gering verschuldet. Soll anscheinend im Jahr 2020 dann sogar noch weniger werden. Ja und da kann man auf jeden Fall sagen, das ist eine solide Bilanz. Und gerade in unsicheren Zeiten freut man sich natürlich, wenn die Verschuldung des Unternehmens nicht zu hoch ist. Ja dann kommen wir zu den Dividenden TV Investmentkriterien. Der erste Punkt ist der Burggraben. Da gebe ich mal einen halben Punkt. Ich habe es vorher schon erklärt. Bei steigender Gewinn und Umsatz kann ich einen Punkt geben. Nicht rasant steigend, aber kontinuierlich. Die Dividendenrendite ist ganz ordentlich. Kontinuität auch eben seit die Dividende gezahlt wird, wird sie jedes Jahr erhöht. Und Ausschüttungsquote, da bleibt auch noch viel Platz für Erhöhungen. Und das Dividendenwachstum, ja das war auch sehr sehr ordentlich. Natürlich, wenn man noch nicht so lange Dividende zahlt, kann man am Anfang auch stärker anheben. Starke Bilanz können wir auch auf jeden Fall einen Punkt vergeben. Und bei der Fernbewertung gebe ich auch einen Punkt. Also Amgen ist mit einem KGV von knapp 17 bewertet. Und dann in der historischen Bewertung, ja das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Das können wir uns dann im Aktienfinder noch schnell ansehen. Aber ich finde auf jeden Fall eine faire Bewertung ist gegeben. Extrem günstig vielleicht nicht, aber ja fair auf jeden Fall. Ja dann kommen wir zum Fazit. Ich halte Amgen aktuell verkaufenswert und ist auf jeden Fall ein Kandidat für mein Portfolio. Und ja ich suche ja eben noch Gesundheitsunternehmen. Und da ist Amgen auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Ja und wie versprochen jetzt noch schnell der faire Wert zu Amgen. Also wir sehen hier Fair Value Dividende liegt deutlich über dem aktuellen Kurs. Darunter eben den Gewinn, den bereinigten Gewinn und den operativen Cashflow. Und ich würde sagen, ja wir sind hier so in einer Range, wo das auf jeden Fall passt. Eben nicht das Megaschnäppchen jetzt, aber es war ein bisschen ein Rücksetzer. Und ich denke, wir sind jetzt wieder bei einer relativ faire Bewertung angekommen. Ja und hier können wir uns dann noch ansehen, wie ungefähr die Performance sein sollte die nächsten Jahre, wenn wir denn den fairen Werten hier trauen können. Und wenn wir hier mal den fairen Wert nach bilanziertem Gewinn hernehmen, dann wären das aufs Jahr ungefähr 9,9% Rendite. Ja, das wäre schon ein ganz ordentlicher Wert und ich muss sagen, das wäre auf jeden Fall ein Unternehmen, das man sich mal ins Depot legen kann. Ja und das war es jetzt auch schon mit Amgen und jetzt kommen wir zum zweiten Unternehmen und das ist Meier-Mellenhof, das österreichische Unternehmen. Hier geht es um Karton und gerade in der aktuellen Krise ist natürlich auch Karton ein wichtiger Bestandteil, denn sehr vieles wird online versendet und das muss natürlich auch eingepackt werden und dann am besten auch wieder recycelt und das alles macht Meier-Mellenhof. Können wir uns jetzt schnell anschauen im Geschäftsbericht von 2019. Was man auch zum Unternehmen sagen muss, ist ein Familienunternehmen und die denken natürlich meist viel, viel langfristiger, wie wenn ein externer Manager hier kommt zum Unternehmen. Und wir sehen hier schon mal die Key Facts, also Nummer 1 bei gestrichenem Recyclingkarton weltweit ist Meier-Mellenhof, Nummer 1 bei Faltschachtelverpackungen in Europa und ja, sehr, sehr viele bekannte Unternehmen gehören da auch zu den Kunden, zum Beispiel die Tabakhersteller oder so Fastfood-Restaurants und so weiter. Also da sind wirklich ganz prominente Kunden mit dabei. Mitarbeiter weltweit sind ungefähr 10.000 und ja, hier sehen wir wie viele Tonnen da wirklich Jahr für Jahr produziert werden. Das ist schon beeindruckend. Man ist auch in über 100 Ländern tätig und ja, da kann man schon stolz sein auf so ein Unternehmen. Aus Österreicher würde ich sagen, vor allem für uns, also gerade für alle, die in Österreich leben, ist es natürlich auch steuerlich sehr, sehr angenehm. Da braucht man sich dann keine Quellensteuer zurückholen oder ähnliches. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach das Unternehmen noch im Aktienfinder an. Ja, Meier-Mellenhof aktuell mit einem Aktienkurs von 166,40 Euro. Ein österreichisches Unternehmen im Bereich der Rohstoffe, also im Verpackungsmaterial, niedrige Marktkapitalisierung mit 3,3 Milliarden Euro. Naja, für österreichische Verhältnisse ist es gar nicht so klein, aber natürlich im Vergleich zu den US-Unternehmen schon ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Dividende wird einmal im Jahr gezahlt, Dividendenrendite bei knapp unter 2%. Allerdings auch mit einer Ausschüttungsquote von 40% auf den Gewinn und 35% auf den Free Cash Flow. Also, ja, das ist auf jeden Fall ordentlich. Seit 14 Jahren wird die Dividende nicht mehr gesenkt. Und der jährliche Zuwachs der Dividende auf die letzten 10 Jahre liegt bei 6,7%. Auf die letzten 5 Jahre 4,47%. Also das ist kein Unternehmen, wo man jetzt sagt, ja, das ist wirklich jetzt so eine Kursrakete. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Unternehmen sehr gut in ein Dividendenportfolio passt. Ich bin jetzt schon etwas länger investiert und sogar schon, ja, fast 50% im Plus. Also sehr gut gelaufen in letzter Zeit auch die Aktie. Und jetzt sehen wir uns mal die Wachstumsanalyse zu Meier-Mellenhofer an. Und hier sehen wir, ja, das ist auch keine so spektakuläre Steigerung, aber der Gewinn pro Aktie, der steigt einfach langfristig sehr schön von links unten nach rechts oben. Und genauso sieht es bei der Dividende aus. Das ist eben nicht, wenn man sagt, man will da schnell reich werden mit der Aktie, aber wenn man da mit wenig Sorgen langfristig investieren will, ist das sicherlich eine super Aktie. Außerdem sehen wir hier die Umsätze. Das entwickelt sich auch sehr, sehr schön. Nettomarsche, ja, bei 6,3%, operative Marge bei 8%, die sind in diesem Geschäft nicht so hoch. Wie sieht es mit den Aktienrückkäufen aus? Ja, da hatten wir auch etwas mehr, 24 Millionen Aktien, aber das wird hier nicht so extrem fokussiert, wie wir es häufig bei US-Unternehmen haben. Ja, wie sieht jetzt die Bewertung aus? Das können wir uns jetzt auch noch ansehen. Ich nehme hier jetzt mal den Fernwert, ja, lassen wir den Fernwert-Dividende doch auch drinnen. Aktuell eben beim Kurs von 166 Euro ist das Unternehmen doch über den Fernwerten, muss man sagen. Aber ich würde sagen, ja, bei einem KGV von auch 17 ungefähr, für ein so schön wachsendes Unternehmen, wo jedes Jahr die Dividende steigt, wo die Gewinne steigen, die Umsätze, mir kommt vor, vielleicht ist jetzt das Unternehmen ein bisschen entdeckt worden und darum auch eine höhere Bewertung gerechtfertigt. Ich denke, wenn Mayer-Mellenhof jetzt zum Beispiel ein US-Unternehmen wäre, wäre das KGV vielleicht bei 25 und nicht bei 17. Also, ja, ich denke, die Bewertung ist immer noch okay. Wie gesagt, ich bin da schon etwas länger mit dabei, aber ich überlege eben, ob ich hier die Position nochmal ausbauen soll. Die ist bei mir nicht sonderlich groß und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, und hier sehen wir auch schon British American Tobacco, ausgezeichnetes Ranking hier mit 97 Punkten, außerdem eine Auszeichnung vom Aktienfinder und zwar der Dividendenbunker. Und ja, wenn wir uns die Kennzahlen von diesem Unternehmen ansehen, ja, dann kann man eigentlich gar nichts anderes sagen als sofort investieren. Wie kann das sein, dass das Unternehmen so günstig bewertet ist? Aber das liegt natürlich an der sehr, sehr umstrittenen Tabakbranche. Ihr wisst es alle, Tabak ist sehr, sehr stark reguliert, immer mehr Verschärfungen, man muss Bilder zeigen auf den Packungen, wie schädlich der Tabak ist und so weiter. Es ist einfach absolut keine Branche, wo man jetzt sagt, ja, da möchte man jetzt vielleicht ein neues Unternehmen gründen und so weiter. Also, ja, die Branche ist absolut nicht beliebt, aber man sieht einfach, wie viel Geld da immer noch verdient wird. Am Rande auch bemerkt, dass hier auch ein Sparplan möglich ist, zum Beispiel bei der Consorsbank oder bei der Comdirect, das seht ihr hier auch immer direkt im Aktienfinder. Und der Aktienkurs aktuell bei 30 Euro und 40 Cent. Und ja, es ist jetzt natürlich immer die Frage bei diesen Tabakunternehmen, diese 7,7% Dividendenrendite, die gibt es nie ohne Risiko, das muss man immer ganz ehrlich sagen. Für mich stellt sich einfach nur die Frage, wie teuer ist so ein Unternehmen bewertet? Nicht, nur weil man sagt, naja, das Geschäftsmodell ist vielleicht in 50 Jahren schlechter wie heute oder in 20 Jahren. Nur wegen dem würde ich jetzt auch nicht auf das Investment verzichten, wenn man sagt, ja, das Unternehmen ist einfach zu günstig bewertet. Und das ist meiner Meinung nach der Fall, weil die Tabakunternehmen wirklich günstig sind, für das, dass das Geschäft eigentlich noch sehr, sehr gut läuft. Ja, dann kann man eben investieren, meiner Meinung nach. Und wir sehen hier, ja, Marktkapitalisierung liegt immer noch bei 70 Milliarden Euro. Das ist schon noch einiges. Dividendenrendite 7,71%, Ausschüttungsquote auf den Gewinn 75,8%, Ausschüttungsquote auf den Free Cash Flow 60%. Also da bleibt auch noch was übrig im Unternehmen. Und das bedeutet natürlich, dass das Unternehmen entweder Aktien zurückkaufen kann, Schulden zurückzahlen, in neue Produkte investieren. Gibt ja auch immer wieder, sogar im Tabakbereich, neue Investitionen. Aber könnt ihr auch mal mein Video ansehen, zu British American Tobacco, habe ich schon eine eigene Analyse gemacht. Und da bin ich auch darauf eingegangen. Der Warren Buffett, der investiert, glaube ich, aus moralischen Gründen nicht. Aber er hat mal gesagt, Tabak ist eigentlich das perfekte Geschäftsmodell. Die Leute werden süchtig, die Margen sind extrem hoch. Und das wird immer wieder gekauft. Ja. Man kann jetzt davon halten, was man will, aber eins ist ganz klar, hier wird richtig, richtig Geld verdient. Eben fast 8% Dividendenrendite. 22 Jahre konnte die Dividende schon Jahr für Jahr gesteigert werden. Die letzten 10 Jahre eine Dividendenerhöhung von 7,59%. Die letzten 5 Jahre auch 7,81%. Also die Dividendenerhöhungen sind auch sehr ordentlich. Das liegt natürlich daran, dass einfach die Stabilität der Dividende bei 0,99%. Das ist, ja, das kann man nur noch mit Unternehmen wie Johnson & Johnson vergleichen. Gibt es einfach jedes Jahr mehr aufs Konto. Genauso beim Gewinn. Und da sehen wir ja, das Geschäft, das läuft einfach noch. Wir sehen das hier. Der Gewinn steigt Jahr für Jahr hier von links unten nach rechts oben. Genauso bei den Dividenden. Und ich bin gespannt, wie sich die Branche weiterentwickelt. Ich persönlich denke, bis das Geschäft wirklich so stark darunter leidet, weil nur noch wenige Menschen rauchen, haben wir das Geld schon durch die Dividende wieder hereinbekommen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ich habe ja auch keine extrem große Position. Aber vielleicht kaufe ich da nochmal nach. Die Margen, ja, operative Marge von fast 42%. Ja, wie gesagt, perfektes Geschäftsmodell bis natürlich auf das Problem, dass das Rauchen eben absolut nicht mehr gern gesehen wird und immer mehr eigentlich dagegen gearbeitet wird. Ja, hier sehen wir, es wurden auch kräftig Aktien zurückgekauft in der Vergangenheit. Dann aber gab es eine größere Übernahme. Da wurde, glaube ich, Reynolds übernommen und somit natürlich auch wieder Aktien ausgegeben. Also es wurde mit den Aktien dann vermutlich das Unternehmen übernommen. Und jetzt schauen wir uns mal die Bewertung an. Das ist ja für mich eben hier der entscheidende Punkt. Das KGV ungefähr bei 10 oder sogar, ja, etwas unter 11 auf jeden Fall. Ja, und hier sehen wir schon bei der Bewertung, was ist da los? Also vor ein paar Jahren war British American Tobacco noch deutlich über den fairen Werten mit Kursen von 55, britischem Pfund und fairen Werten, die deutlich darunter lagen. Aktuell haben wir den Kurs ungefähr halbiert und die fairen Werte sind ungefähr da, wo damals der Kurs stand. Also, ja, es ist schon verrückt irgendwie. Ja, und selbst wenn wir hier jetzt das faire KGV bei 8 ansetzen, haben wir immer noch einen Wert, der relativ vernünftig aussieht und sieht immer noch nach einer fairen Bewertung aus. Und ich denke, naja, zumindest ein KGV von 10 muss doch das Unternehmen noch wert sein, wenn die Gewinne und Umsätze weiterhin steigen. Schwieriges Thema, würde mich auch auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Investiert ihr auch in Unternehmen der Tabakbranche? Wenn ihr wisst, naja, die große Zukunft hat diese Branche wahrscheinlich nicht mehr. Oder, ja, vielleicht seht ihr das auch anders. Vielleicht seht ihr auch noch eine große Zukunft. Ja, ich halte das Unternehmen auf jeden Fall für kaufenswert, werde eventuell nachkaufen, genauso wie bei den anderen beiden Unternehmen, die ich heute vorgestellt habe. Jetzt würde mich eure Meinung noch interessieren. Seid ihr in die Unternehmen schon investiert oder plant ihr vielleicht einen Kauf und was steht bei euch ganz oben auf der Watchlist? Ja, ansonsten wünsche ich euch einfach noch schöne Feiertage. Lasst es euch gut gehen und auf jeden Fall auch schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Hoffentlich ein Jahr, das etwas besser läuft wie das Jahr 2020, wo uns das ganze Thema nicht mehr so beschäftigen wird, hoffe ich. Und ja, macht's auf jeden Fall gut und bis zum nächsten Video.